Assalamu alaikum. Wird man fast ein Angeln oder nicht? Eine Frage, die man eigentlich nicht so leicht beantworten kann. Oder doch? Man kann sie beantworten, weil es nämlich dafür Maßstäbe gibt. Maßstäbe, anhand derer du selbst beurteilen kannst, ob Allah subhanahu wa ta'ala dich in diesem gesegneten Monat akzeptiert hat oder nicht. Was ist dieser Maßstab? Dieser Maßstab ist, hat dich Ramadan etwas verändert oder nicht? Bist du nach Ramadan standhaft oder nicht? So einfach ist es. Das eigentliche Ziel dieses Monats ist was? La'allakum tattaqun, auf das ihr Gottesbewusstsein erlangen möchtet. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über diejenigen, die Taqwa erlangt haben? Allah nimmt nur von wem an? Von dem Muttaqim. Und dementsprechend, du bist derjenige, der selbst bestimmt, ob dieser gesegnete Monat von ihm akzeptiert wird oder nicht. Deine Aufgabe ist es jetzt, in diesen letzten Momenten des gesegneten Monats Ramadan noch einmal in dich zu kehren und Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig zu bitten, dass er dich nach dem Monat Ramadan festlegt. Weil das ist das beste Zeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich annimmt und akzeptiert. Und genau das ist es, was die Sahabe, raduallahu alaykum, getan haben. Nachdem Ramadan fertig war, haben sie nicht mit diesem Kapitel abgeschlossen, so als hätten sie nie gefastet. So als hätten sie Allah subhanahu wa ta'ala nur im Ramadan angebetet. So als wäre Allah nur der Herr vom Ramadan und nicht der Herr deines gesamten Lebens, den du dein gesamtes Leben anbeten solltest. Nein, sie haben vielmehr nach Ramadan noch einmal sechs ganze Monate Allah subhanahu wa ta'ala gebeten, dass er von ihnen den Ramadan annehmen möge. Das ist es, worauf es ankommt. Bete Allah nicht nur im Ramadan an. Sei nicht nur ein Muslim im Ramadan, sondern sei wirklich ein gottergebener Mensch, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns im Koran verlangt hat. Muslim heißt Gott ergeben, nicht Ramadan ergeben. Sprich, oh Mohammed, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod sind für Allah, den Herrn der Welt. Er hat keinen Partner, ich lebe für Allah. Und dies wurde mir befohlen. Und ich bin der erste Gott ergeben. Das ist das, was ich aus dem Ramadan mitnehmen sollte. Und es ist gar nicht so schwierig. Du musst jetzt nicht plötzlich ein Heiliger sein. Das wird keiner von dir verlangen. Auch Allah verlangt das nicht von dir. Du kannst nicht das Tempo, was du eingelegt hast im Ramadan, nach Ramadan beibehalten. Selbst unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das nicht getan. Aber das Mindeste, was wir tun sollten, und das ist das Mindeste, ist, dass wir unsere Pflichten gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala nach dem Monat Ramadan einhalten. Dein Gebet. Vernachlässige dein Gebet nicht. Deine Pflichten gegenüber Allah. Halte die Grenzen Allahs ein. Es kann nicht sein, dass du Verzicht geübt hast im Ramadan. Und dann plötzlich nach Ramadan wieder die Grenzen Allahs überschreitest. Große Sünden begehst. Möge Allah uns davor bewahren. Das ist doch nicht der Sinn und Zweck des Fastens. Bitte Allah ta'ala in diesen letzten Stunden, welche wir haben von diesem gesegneten Monat, gerade auch jetzt, vielleicht in dieser letzten Nacht, die noch übrig bleibt, bitte Allah mit den Worten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya muqallibal qlub thabbit qalbi ala linik. Oh Allah, du Beweger der Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Aber das ist es, was wir erlangen wollen. Und oh Allah, wenn du das schaffst, dann wirst du erfolgreich sein. Alleine, wenn du deine Pflichten einhältst, wirst du erfolgreich sein. Hört euch mal diese schöne Geschichte von einem Wüstenarabe an, der zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam. Dann sagt dir Allah, sag mir, was der Islam ist. Und dann erzählt er ihm, dem Islam mit dem Fünf-Säum. Und dann fragt der Wüstenarabe den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der ich dann wirklich das Paradies betreten, wenn ich diese Dinge mache fünfmal am Tag. Ich bete, in dieser Kehrt entrichte, im Ramadan faste, die Hatsch vollziehe. Und er meinte, ja. Und dann sagt er, der Wüstenarabe, bei Allah, ich werde weniger mehr noch weniger tun. Nun, genau das. Und dann ging er. Und dann schaute der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Sahabe an, ein bisschen schmunzelt und sagte, er wird erfolgreich sein, wenn er die Wahrheit gesprochen haben sollte. Ja, du wirst erfolgreich sein. Ja, du kannst sogar ein Wali werden, wenn du alleine deine Pflichten einhältst. Ein Wali. Ein Wali ist ein Freund Allahs, ein Allah-Nahestehender. Das? Nur alleine durch die Pflichten? Ja. Hört dir mal diesen schönen Hadith Qudzi an. Diesen heiligen Hadith, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Wer einen meiner mir nahestehenden, einen meiner Freunde befehdet, anfeindet, so werde ich ihm den Krieg erklären. Und jetzt erklärt Allah, wer ein Wali ist. Und es gibt zwei Stufen. Man kann sich natürlich steigern. Es gibt zwei Stufen. Die erste Stufe ist aber alleine schon, dass ich meine Pflichten einhalte. Und mein Diener nähert sich mir mit keiner Sache, die mir lieber ist, als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Aber es ist einfach. Es ist nicht schwierig. Versuche wenigstens, diese Pflichten einzuhalten. Vernachlässige deine Gebete nicht. Halte die Grenzen Allahs ein. Und dein Weg zum Paradies ist geebnet. Aber es gibt natürlich noch Steigerungsmöglichkeiten. Und zwar sagt dann Allah in diesem Hadith Qudsi. Und mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen, guten Taten, bis ich ihn liebe. Oh, was ist, wenn Allah dich liebt? Und wenn er mich bei mir Zuflucht sucht, dann werde ich sie ihm gewähren. Deswegen kann man sich steigern. Und vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die ihre Pflichten einhalten. Dann versuche jetzt, insha'Allah, nach dem Ramadan ein bisschen mehr zu tun. Jedes Mal ein bisschen besser zu werden. Du hast im Ramadan Tarawih gebetet. Jetzt versuche ich, auf zwei Raka'ah zu gehen, die ich jeden Abend bete. Du hast im Ramadan jeden Tag ein Juz gelesen. Ich versuche jetzt mindestens eine Seite jeden Tag zu lesen. So ist der Weg zu Allah. Schritt für Schritt nähere ich mich Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn das der Fall sein sollte, dann seid ihr sicher, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich insha'Allah in diesem gesegneten Monat angenommen und akzeptiert hat, weil er nämlich sieht, dass du dich wirklich verändert hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen auf seinem Wege. Möge Allah von uns unser Fasten annehmen. Möge Allah ta'ala unsere Herzen festigen auf seiner Religion. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.